Herzlich Willkommen zurück zur Let's Surprise mit Murlchern! Ja, guten Abend! Okay, wir haben es gleich guten Morgen. Drei Minuten. Nein, ja, die erste Folge habt ihr bestimmt alle gesehen. Was tun gegen 40 Grad jetzt? Wie warm haben wir es jetzt? Ja, bei uns wird es auch jetzt schön warm werden auf jeden Fall. Ähm, ja, wie geht das nicht? Ja, mal gucken, wie lang die Aufnahme jetzt geht's. Die letzte ging ja nur 12 Minuten, weil wo ich ein... Ja, aber nicht? Ja, du bist die gleiche Seite wie gestern, oder? Ja. So, er hat fleißig geübt mit Yannick. Ich hab das... Und Regier ist mir so scheiße, ey. Der Regier geht mir so kacke. Lecks bei dir, oder was? Bei mir nicht. Aber auch 1000 FPS. Ich nehm' einen mit 300 auf. Weil er nicht mehr kann. Oder weil wegen 30 er das nicht mehr macht. Ah, also es geht schon 4 zu 0 für mich, ja? Und anders ist besser Blue Boy 2. Wo ist da der Unterschied? Das ist geiler gemacht. Ja, toll, aber von der... von der... von der Spielphysik ist es das gleiche. Opsala. Na komm. Hey! Oh! Boah! Ich muss jetzt mal wieder reinkommen hier in das Spiel. Und mit der Aufnahme. Du Scheiße! Yes! Also ihr seht schon wieder die Skills von mir. Boah, jetzt kommt mir einer lags bei mir. Der Ball lag toll. Boah, jetzt kommt mir mal nix. Der Ball oder der Spieler? Beides alles. Ja, wie kommen die denn da noch ran? Ach komm, ist denn das schon wieder? Ah, fängt das schon wieder so an wie gestern? Warte mal. Warte mal. Nix machen. Ja, okay. Tobi hat Probleme? Bitte ich download. Er upload. Achso, du... Ah ja, kein Wunder. Das hatten wir auch gestern. Ah, jetzt läuft sie ja besser, ey. Siehst du gleich da? Los mal. Nein. Jetzt besser? Ja, auf jeden Fall. Ist der Punkt schon. Ach, hab jetzt auch. Ja! Boah! Alter! Ey, du bist ein kleiner Cheater jetzt, ey. Es geht... Ey, der hat echt geübt, ey. Die Ratte. Fresse! Meiner. Ja, ich bald. Deine Oma spielt besser. Ne, nur so'n Sack. Ne, nur so'n Sack. Nur so'n Sack. Jetzt kommen wir die schlechten Witze von Mulch an. Ah! Hat er den angeschickt, der Assi. Ey! Alles besser. Alles besser können. 1 zu 0. Wir machen bis 10, wenn es erst 10 hat. Ach, du bist ja ein Feicher, ey, ey. Wenn es erst 10 hat. Du hast es 21 immer noch eingegeben. Und los geht's! Pazinoaz... 2 Band. Seid ihr nur noch kriegt dieser kleine Asslack? Boah! Geiler Ball! Geiler Ball wächst! Nein! Ja, okay. Die Fehler... Die Fehler dürfen uns aber in der dritten Aufnahme nicht mehr passieren. Naja... Komm, ich fand ich keinen so'n kleines Turnier vielleicht. Ja! Ah, der Ball war nicht auf dem Boden! Der aber! Ey, du führst! Mulch an führt! Null! Alter, der ein lecker Glück, ey! Tasse! Wird das erste Sieg für Mulch an? Oh! Ja, ja! War echt! 5 zu 4, ich gebe ihr Entführung hier! Ich höre kein Ja und kein Nein, heute findet ihr was ist los? Waaat! 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 Hast du denn viermal berührt? Oh! Ey, ich bin schon zu früh hoch! Oh! Was war denn ein Lack? Das war auch ein Lack! Das war Köln! Genau wie der! Das war ein geiler Smitterball! Smitterball! Oh! Schönes Netz-Duell hier! Boah! Boah! Der war gut! Eifalt! Ich fand sie ja! Aber du tust dich wieder ein... Ey, du tust dich wieder extrem gegen mich schwer, ey! Ne, du hast von mir... Du hast... Im Wegen hast du bis 10 Uhr... Biss 10 Uhr eingegeben! Murcher muss ich... Wir sagen aber auch grad extrem wenig... Kann das irgendwie sein? Muss ich jetzt nicht voll bei... Voll bei der Konzentration hier! Nein! Du Lappen! Danke! Voll die Konzentration! Komm, später! Na, der war ein bisschen zu früh! Ja, der war echt zu früh! Boah! 15 zu 4! Oh! Der war gut, ey! War der gut, ey! Na, Mensch! Ich hab mich extra schon da hinten geschmellt! Weil ich genau wusste, den versuchte zu schmettern! Komm schon! Gib was rüber, ey! Was sind das? Tanzübungen aller Möncherns! Ich mach nur... Ich mach erst einen Tanzkurs! Er macht einen Tanzkurs, habt ihr gehört? Das ist... Also anwählen! Ach du, ein Drecksball! Ja, das war fies von mir! Das war mit Absicht zugespielt! Ach man, schon! Was soll deine Probleme? Ist mir jetzt grad aufgefallen! Nö! 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 Er sprummt! Ah, der war gut! Ah! Der war fast besser! Ah! Der war fast besser! Der war fast besser! Das ist nur noch! Oh Gott! Der ist extrem ruhig heute! Also, gestern war er... Er war gestern nicht so konzentriert! Er war gestern nicht so konzentriert! Irgendwie läuft es... Irgendwie ist es bei dem Spiel läuft es irgendwie langsamer als bei... Äh... Blobby Ball 2! Ne, Blobby Volley! Ach, kriegst du den? Ja! 1-0! So läuft's! Wollst du den schmettern? Oh! Hauptsache den Ball rüberbringen! Ah! Fuck! Ach nee! Danke für den geschenkten Punkt! Komm! Du... Drecksding! Komm! Ich muss hin! Hm! Schade! Der hat sich echt verbessert! Den letzten Satz der letzten Auf... Name! Ey, fuck! Ich eh wieder! Ne, aber trotzdem... Boah! Voll geil! Yes! Fuck! Danke! Mach ich denn hier für uns schon mehr rein! Ah komm, du... Yes! Fuck! Da wusste ich nicht, wie was ich machen sollte! Ne! Ach Gott, das war... Da sind doof gesprungen, aber egal! So! Aber egal! So Tobi, jetzt red man wieder ein bisschen mehr hier! Die Zuschauer langweilen... Hallo, hallo, hallo! Nein, das war ich denn da! Komm schon, gib dir Ball! Komm, gib dir Ball! Gib dir Ball! Du kannst nix! Gib dir Ball her! Deine Mulla! Der hat sich echt verbessert, ey! Ich muss mich hier echt mehr anstrengen! Das kann es ja wohl nicht sein! Nein! Hast du fleißig geübt? Oder hast du grad die Konzentration... Ey, der geht in den Führung, ey! Das darf ich mir doch nicht... Das darf ich mir doch nicht... ...bieten lassen, hier! Von so'n Noob! Ach, die Fris! Nein, also... Hat das mit Janikor ein bisschen gespielt? Also schon mal gespielt, ey! Man merkt, ey! Alter! Dafür sag ich für die Unterhaltung, hier! Naja! So, ich muss mal... Ey! Muss mal was einfallen lassen, mittlerweile, ey! Geht doch! Jetzt sagen wir... Nicht so immer wie ein... ...Vormel 1, wo ich bin, wo du der Bessere bist! Ah, der war schlecht! Der war gut! Der war sehr gut! Nein! Der war sexy! Sexy, Baby! Oh, wie geht's weiter? Ah, ich hab's kommen sehen! Na komm! Ne, er wird nicht! Du Lappen! Na, wer war gestern der Lappen? Ah, ich muss mich mal... Ich muss mich mal mehr... Ich muss mich mal mehr konzentrieren, nee! Ich muss mal die Auffuhrjagd wieder stärken! Nein, aber ich muss der, weil ich umspannieren! Meino! Oh, Fickding! Fack, den wollte ich anders spielen! Ach, du ein Glück! Alles gleich! Nein! Wir rum! So rastet der gleich aus! Ach so! Nein, 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 nein! Jetzt kommen wir in die Nein! Nein! Ja! Yes! Oh, mein nein! Nein, yes, Baby! Fick die Augen! Ja, ich fette! Wird nix! Wird nix! Oh! Yes! Komm, lass fallen! Oh! Yes, Baby! Nein! 16,16! So wundern ich noch nicht aus! Ich glaube, so lange kommen wir noch kein Spiel! Fast fünf Minuten! Alter, der hat echt geübt! Ey, der... Aber nicht das Spiel einander! Ich hab... Weil der geht immer besser! Hier, ey! Ich muss mich hier richtig anstrengen! Alter, muss ich hier noch bessere... Nein! Ja! Skates machen! 16! Ach, 18, 16! Jawoll! Der war... Der war richtig fies! Hast du aber auch recht! Aber... Aber auch schöne lange Ballwechsel, ey! Perfekt! Ein Punkt noch! Tolle! Fuck! Fuck! War aber spannend! Ja, das... Das war richtig... Das war richtig spannend! I.O.A. 2... 2.0 für dich! Der läuft doch! Doch! Boah! Gleichzeitig, ey! So läuft das ein bisschen! Scheiße! Nee, nee! Aber es ist aufgefahren, du hast bis jetzt immer den ersten Punkt geholt! 2, nur, du brauchst mir den Fall! Ah, fuck! Oh, nee! Der war doof gespielt! Der war gut! Das war aber auch fies, wenn ich am Netz da so nah dran zu sein! Nein! Du fick'n! Machen wir hier so ein kleines Netz-Duell, oder? Upsala! Das ist nicht verschätzt! Kann das sein? Das ist ganz eigentlich, ganz eigentlich wichtig! Na! Danke! Es hat 5 Jahre gebraucht! Du bist sehr gut! Alter! Du bist so ein kleines Netz! Du bist so ein kleines Netz! Sie hat mich nicht berührt Komm, die mir ein Pump Nein! Zu lange gewartet, da wollte ich es so genau machen Nein, du Liga! Albet habe ich dich nicht berührt? Ich habe er gesagt, dass er mich berührt war wohl nicht der Fall kommt man muss eigentlich nicht immer die ganze zeit nur springen das ist manchmal der fehler den mann macht netzball ausgleich das ist eigentlich die bälle die man da ist er nicht kontern müssen was ich wollte da wollte ich nichts riskieren das ist nämlich viermal berührt auf gefahren ist er kann ich diese schmerzen schmerzen ich glaube es ist so wie wollte spiel was ihr seht von von uns oder allgemein das beste letzte preis ich weiß gar nicht wie auf den titel kam du bist auch willkommen überraschung hast du überdacht ich hab ich hab nur gedacht den part den hast du nicht im plan drin also es ist quasi überraschend damit ist mal jeden sonntag jeden sonntag einfach mal schade ich wollte eigentlich schmettern drei mal okay vier mal ich habe jetzt gar nicht so mitgezählt so auch woher kann ich denn das spiel bitte aber gar nicht ja warum springe ich überhaupt das war geschenkt doch das war schon vier mal 17 zu 11 ich glaube vorhin hatten wir unser längstes spiel dann ging das ab fünf minuten glaube ich länger als fünf minuten das fack ab als er darfst du nicht mehr dass du dich mehr ab 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 ein ein 3 4 Ne, 4 0. Ne, 3 0. Ne, 4. 1, 2... 1, 2... 1, 2, 3... 1, 2, 6... 4 0. Hier, meinst du recht? Ach, scheiße. Jetzt haben wir beide geschlafen. Nein, ich woll... Ich wollte es nicht machen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Best auf... Wie viel machen wir? Best auf 7. Wir sind wieder schon durch. Nein, machen wir nun bei Zerstes. 10 zu 0 das wird aber das wird aber der lange aufnahme berührt hat er mit dem sofort gespielt ganz kurz geleckt er war nur ganz kurz da drüber ich habe gar nicht so gegen die bande spieler war echt lieber stehen das hat echt mehr vorteile danke mann also vorhin die erne war so ziemlich gut dritte glaube ich war das ab schluss aber echt na komm du bist direkt komm zeig mal wir haben ein paar skills hier ach ja den kam ich nicht mehr hoch ach komm immer das gleiche ich will die mal richtig flach übers netz spielen das timing exakt stimmen was denn da tenzen auf dem sand nicht auf dem spielchen die beginnen erst bei 20 zu 20 schade zehn zu fünf gerade augenblicklich nach zwei minuten das sind geschenkte bälle die punkte die man machen muss die man vermeiden muss so ein glück dass ich genau richtig nicht ganz aber nichts gebracht das sind punkte die man nicht verschenken darf glück gut dass ich nach links gedrückt habe nicht nach rechts der war gut der war richtig gut hallo noch da bewegt sich mal hallo sag mal was hallo die ganze zeit ist die maus im bild noch da schweigt gerade keine ahnung warum stimmt sein vater wieder im zimmer echt was mein vater war gerade drinnen entschuldigung ja hab ich mir gedacht aber das ist doch aber ein punkt gemacht ja ich habe gefragt bewegt dich mal wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich noch da bist 5-0 5-0 toll 5-0 immer gerne komm jetzt jetzt besiege ich dich das will ich sehen ey komm ey komm dieses bleibball geh mal rüber komm bist du abserniert ha 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 ja ha ich hab's ja was das er denn noch rüberkriegt ich hab's aber wirklich hier drüber du bist doch so ein No-Lifer in dem spiel ha 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 man trifft die Asi den nicht ey blubb weil die zwei wo ich schon recht abgezogen hab jajaja Oh, komm doch, ey, mal rüber. Wer hat das eigentlich nicht früher in der Schule gesuchtet, ey? Der kriegt aber auch jeden Ball rüber, ne? 10 zu 1. Morscher, deine alte Tagesform kehrt zurück. Eigentlich besser. Einer. Oh, Gott, ey, das wäre mir so ein verschenkter Punkt, den ich mir aber auch erlauben kann. Ui. Nein, du fickt den. Ach, ich stelle ihn auch rüber. Danke. Geil, 3 Punkte. Oh, 4. Alter. 6. Oh, Gott, ey. Ey. Boah, finde ich nicht. Nein, vielen Dank. Das hat ein 6 zu 0 Run, ey, da. Wie lange hast du mit Janik gemacht? Na, wer hat der erst 5 hat? 5? Warum so wenig? Und wir hatten 9 Spiele. 4, 4, 4, 4, und dann hat er jemand... Oh. Am Ende hat er einer gewonnen. Das sage ich euch natürlich nicht. Das ist ja schon Übung durch mich, ey. 9 zu 18. Wer wäre denn besser gespielt? Er oder ich? Ach, Mann, wer... Er hat das Spiel auch lange nicht gespielt, mein Gott. Ja, ich auch nicht. Danke, dass ihr übertet habt. Oh, nee, ey. Nicht dein Ernst. Ach, komm, Alter, berühr. Ach, Schade. Oh, nein. Nein. 6 zu 0. Komm, wenigstens bleibe ich noch unter, äh, über 10 Punkte. Ja, wie viel war noch vom Geschenk? Wie viele Punkte, ey? Ich hab' den Arsch. Oh, das wird ja sehr, das wäre eine lange Aufnahme, ey. Ach, warum spiel ich dich denn auch an? Nein! Bei dem Spiel gibst du Glück nicht Pausen. Boah, der war Static-Skill. So, aber nur ein bisschen... Check, ey. Jetzt kommt dein Vater wieder rein. Nein, Spaß. Haben nur geklatscht, weil du so gut bist. Ha. Also, wenn man gegen Tobi spielen möchte, ja, muss man nur eine PN schreiben. Flippen das dann auf? Genau. Flippen das dann auf? Und... Genau, ich kenne es auf. Und ich kann dazu noch kommentieren. Also, wer möchte, per PN oder per Kommentar sagen, ich möchte gegen Monstein spielen, weil ich hab' ja eh keine Chance. Sieht man ja... Ach komm, Lacka. Ich war früher der Beste, ey. Bis ich irgendwann so einen Loop bei uns gemeinte, sich eine Schrift-BG einfallen zu lassen, ey, gegen mich. Was für eine, ne? Sag' ich dir noch nicht, aber die hat doch, die hat doch, die hat doch, die hat einmal funktioniert, dann war ich drauf vorbereitet. Sag da einfach, ich werd's, ich werd's schon nicht, werd's schon nicht ausprobieren. Er hat immer das gemacht, was ich auch gemacht hab, immer schön, eines Blocken, was nur geht, ey. Oh, ne, aber das, das funktioniert, das hat dann immer, zum Beispiel, dass es ihm dann gar nicht mehr passiert, so vier Dinger, das ist mir nie passiert. Na komm. Vor allem, ich weiß auch immer, wo du stehst, das ist auch voll der Vorteil. Das sehe ich auch, wo du stehst. Ja, ich nutze es mir, was du sagst, bevor es um ein Vorteil aus. Das wäre fail. Übelster fail. Na komm. Ich würde sagen, dass es, der steht, das geht gleich 7 zu 0, Mulchen. Ach ne, du bist ja schlau. Aber manchmal springe ich, aber auch zu früh, ist mir aufgefallen. Der war gut, der war richtig gut. Also wenn du Fußball gespielt hast, wär das richtig gut gewesen. Hey, besser. Der hatte wieder Skill. Ach komm, es ist schon so ein guter Schmetterball. Und er kriegt, er kriegt ihn trotzdem, ja? Ja. Ich krieg viele Bälle. Gut, der war richtig gut. Der war richtig gut. Der war richtig gut. Fuck. Tobi muss gegen mich Höchstleistung spielen. Das ist ein Konzentrationsfehler. Wie sieht der, wie sieht der, wie ein Ei aus? Nein. Das gefühl habe ich auch manchmal. Nein. Aber jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist, jetzt spielt Tobi wieder gut. Jetzt spielt er wieder richtig gut. Das wäre schon wieder extrem fail. Oh. Den wollte ich gar nicht so rüber spielen. Das hat sich nur so ergeben. Ich krieg den trotzdem auch rüber ein. Das kann doch nicht sein. Oh doch. Ich glaube, die Zuschauer können das manchmal auch nicht glauben, was ich hier zusammenspielere. Okay, ich glaube, unterzählen. Ja, ich fresse. Sieben oder? Sieben und vier, fünf. Sieben hast du das. Sieben, sieben, sieben zu null, ja. Nur wenn ich da habe, ging's da? Geht's einmal gegen dich, ey. Oh, jetzt null. Das hat man schon in den ersten Spielen auch mal, dass du 1-0 geführt hast. Ach, warum heißt es, wird's hier. Wanne, mein Freund. Ich freu dich nicht so früh. Du musst doch 18 Punkte holen. Hatschi presst ab. Hatschi. Ich hab' mit keinem abs. Der kriegt jetzt aber auch fast jeden Ball rüber, ey. Verdammt, ey. Fuck. Ey, was spiel ich jetzt eigentlich wieder zusammen, ey? Oh, das Ding, ja, ja, das kann nicht sein. Ah, doch. Du hast dich immer berührt. Ich hab dich immer berührt, ja, ich hab's schon gern gesehen. Ey, das hat ja nicht sein können, ey. Dass ich den auch rüberkrieg, ey. Dass ich den auch rüberkrieg, ne? Das hab ich mir nicht gedacht, ey, mein Gott. 4 zu 3, ich hab' ich schon wieder aufgeholt. Das war mal 3 zu 0. Presse. Oh, was mach' ich denn da? Oh, zwei verschenkte Punkte, ey. Die könnten mir teuer werden. Weil Tobis wär' in seine Bestform hier angelangt. Ah, Mann. Jetzt spiel' ja genau alles gegen mich, ey. Und läuft's im Wissens. Ja. So, jetzt... Jetzt dreh' ich auf. Aschi! Der kriegt aber auch mittlerweile jeden Ball, ey. Da komm, du fette Ding. Oh, fuck! Ey, der führt die ganze Zeit schon, das kann nicht angehen. Nein, geht doch. Der Tritt klappt immer noch. Der rum, man proba. Nein! Ey, fick dich. Alter, werd' er rübergekommen. Mann! Über... Nein! Jetzt mach' ich diese Fehler. Das kann nicht sein, dass ich jetzt das Spiel verliere, ey. Neu, du nirgst! Endlich! Endlich! Mal geht's hier vorwärts! Ach, fuck! Ich hab' noch 10 Punkte, aber was soll... Tobi führt! Boah, der war es! Der war gut! Der hat ja wieder Skill, ey, 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 ey. Jetzt, jetzt bin ich zurück auf die Erfolg. Oh! Jetzt bin ich zurück! So, life's business! Yes! Nein! Yes! Nein! Jetzt flieg' mir das Headset auch noch runter, ey. 2 punkte noch kriegt jemanden ja ein punkt dann ist ausgleich erreicht ich hab den falsch angespielt das glück gehabt geschenkt das sind ja verschenkte punkte rüber damit muss ich das aber auch ganz skil gewonnen auf einmal ja das ist hier training pur ja glück gehabt noch überkommen doch den mache ich jetzt nein es kann nicht sein dass er jetzt so gut geworden ist mit das ist unser bestes spiel überhaupt ich hab aber die chance ausgleichen nicht ich mach den ausgleichen machst du nicht ich sag's doch du machst ihn nicht ich hab die zuschauer könnt ihr gar nicht mehr wegschreiben nein 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 jetzt kommen die sechs fehler ja ja nein jetzt auch gleich nein 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 ja nein wir haben ja nach acht Minuten aber das Szenario was wir gar nicht wollten ey scheiße ja ja muss man jetzt mal die Punkte Vorsprung haben ja muss man ja muss man ja muss man oh man mach hin warte der Rekord äh liegt im tennis tennis ich glaub bei 77 zu 75 Und jetzt wird's... Nein! Alter! Ja! Ja! Ey, das muss ich abspeichern, ey! Yes! Boah! Fuck it! Das kann nicht sein. 22 zu 20. Das war jetzt das geilste Spiel überhaupt, ey. Oh, alter. 8 zu 0. 8 zu 0. 8 zu 0. Kriegen wir nochmal so ein geiles Spiel hin, ey. Versuch. Versuch. Der führt schon gar 2 in 0, ey. Boah, Epic Fail. Epic Fail. 2.1. Ich hab aber auch vorhin verschenkt, ey. Aber danke. Was? Mein Punkt. Wieso kriegst du den Punkt, ey? Das ist verrückt. Yippie. Kabba. Stopp. Stopp. Tag. Deiner. Eierflau hast du dir gewonnen, ey. Aber wie du gerade immer abgefeiert hast, ey. Und du so lange in Führung warst, ey. Das war richtig. Ach, ficken. Ich weiß noch, wo der eine Ball so übelst knapp war, auf mein Netz ging und dann auch gegen deine Wand auf dein Netz? Ja, 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 ja. Dann hab ich den Punkt bekommen. Yes, komm. Was? Ich glaub, die Runde wird wieder eindeutiger. Machst du. Mann, ich will einfach mal... Woll mal kriegen. Das kann nicht sein. Ich block dir den auch noch schon wieder. Das ist ne richtige Pro Beach Volleyball in dir, ey. Den schmetter ich auch noch so gut rüber. Ich war grad so defensiv gespielt, das hab ich jetzt, als es so abgeschaltet ist. Jetzt spieg ich mal die Rebelle wieder flacher, da hast du nämlich nämlich Probleme mit. Ich hab nur Probleme mit. Vorhin, vorhin hab ich sie mehr hochgespielt. Yes! Nein! Das kann nicht sein, ey. Fick dich doch, Alter. Fick dich nicht von mir, ey. Fick dir den doch rüber, ne? Ha! Verdient! Nein! Wo springst du so weit weg? Nein! Ist der Ball wieder rund. Da oben kriegst du den noch, schade. Warum kriegst du den Ball, ne? Der war gut. Das kann doch nicht sein! Was? Was du hier noch kriegst? Oh, das ist so scheiße, oder komm? Na komm. Ja, aber echt, komm. Ja! Baby! Ah! Da kam ich nicht mehr weiter zurück. Ich wär am liebsten scherzen. Oh, ey, der feil. Oh, guck mal, die Runde geht zum Beispiel nur 3,30. Oh, der war auf, Bruder. So, letztes Spiel, überhaupt nicht. 9 zu 0, letztes Spiel, letzte Chance. Für dich. Vorletztes Spiel, ne? Spaß. Es ist immer, wenn die andere ist, geht immer zu dir, ey. Vielleicht bist du eine tausendste Sekunde schneller als ich. Also, ich hab noch gar nicht gesagt, ich bin links, rechts ist Tobi, das sag ich jetzt im zehnten Spiel. Ist ja schon wieder weg, der Tobi, oder was? Ich bin da. Ich muss mir einen anderen Titel einpassen. Let's surprise, Teil 2. Mann! Komm, es geht das Ding rüber. Oh! Bäm! Der war geil! Mann! Es ist 3 zu 3. Aber so ein geiles Spiel, wie das eben, kriegen wir nicht hin, ey. Es ist... Es hat ne Atmosphäre gehabt. Kann doch nicht sein. Boah! Wir kloppen beim Netz rum. Ne, warum wir uns ausgehen? Hatschi! 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 Ach, kommt, Mann! Das wäre so ein Scheiss, Mann! Hatschi! 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 Ich glaub, wir haben halt alles durch, ey. Oh, der war fies. Und... Hatschi! 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 Es kann nur nicht sein, dass ich mit dem Bühne fackten Lacken rüber bekomme. Yes, man! Stopp! Nächste Knie. Nein! Alter, geht das sofort ans Netz, ey! Ist das eine fiese Schlange, ey! Was ist denn du? Stopp! Das ist zu sehr in der Ecke gewesen. Nein! Du hast so früh gesprungen, das hat man gemerkt. Gleich bald! Leck mir die Kümmer! Hab ich den überhaupt berührt? Tagger! Und... 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 Nein! Ein bisschen tanzen! Nein! Da war einfach noch rüber! 15 zu 10! Bei 4 Minuten! Ich... 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 Den hab dir berührt! Ganz klar hab ich den berührt! Videobeweis! Video... 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 Ja... Ja... Boah! Der war richtig nice! Aber auch nice gerettet! Nein! Wir sagen nur noch nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Wir sagen nur noch nein! Wir beschreiben unsere Gefühlslage! Ja! Nein! Schreiben sie mir gefühlt... Ey der... Ey der... Ey der... Ey der... Der... Ey der... Der... 16 Punkte! Oh ne das darf jetzt nicht sein! Ausgleich macht der nicht! Ja bei mir! Fick die aber! Ich wollte die 10 zu 0 schlagen! Das doch vorletztes Spiel mein Freund! Letztes! Ja! Nein! Ausgleich! Ausgleich! So leicht der Business! Wie viele Punkte geht's mit 21, ja? Ja! 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 Ja man! Ja! Nein! 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 Wo die Punkteites hochgegangen? Ja man! Nein! Ja! 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 Das irgendwas... Aber es war nicht das beste Spiel ey ... Das andere mal besser... Na 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 manana na na dann ... Fick mich! Fick mich! So mit dieser wunderschönen... Nein? Wenn das ersteскую hat ... Ach du ey. Du kriegst eh keine Zähne zusammen, also ver- Oh, was für ne geile Aufholjagd noch. Unbelievable, unbelievable Comeback. Habt ihr das denn nicht mehr dran gedacht, wa? Ne, ich hab den Sieg schon fertig, ich den bringe ab. Das war der Fehler. Aber das ist es halt. Wenn man glaubt, man ist schon durch, dann passiert genau sowas. Wer führt, als er erst führt, der stets verliert. Ne, das ist so, als wenn du in Zweikampf wärst in der letzten Runde, du wirst ja noch überholt, wo du schon in Gedanken bei der Siegesfeier bist. Wie Bakwaranj in Malaysia. Ne, wie Vettel Kanada gegen Baden 2010. Genauso ähnlich. 11, ah ne, das wird 2010. Wo er dann auch diesen einen Fehler macht, da war er gedankt, ich glaub ich auch schon beim Sieg. Uppsala, oh Gott. Das danke, danke. Oh, die Konzentration ist es aber auch vielleicht nach, ey, nach einer kompletten Rennwochenende, ey. Ja, okay. Aber ich bin besser, Frauen. Ja, das, ja. Aber meine Konzentration ist nach. Aber das muss ich auch nachlassen. Wenn man nicht gewinne. Oh, der war gut. Der ballert immer eiförmiger. Ey, der ist für mich nur noch ein Ei. Ich bin ja manchmal nur noch verspumpt. Meine Augen brauchen eine Pause bei dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Aufnahme überhaupt geht's hier. Na, zwei, sieben Minuten Spiele. Fünf zu neun. Ich glaub, eine Stunde nehmen wir schon auf, kann das sein. Eine Stunde bist du völlig voll? Ja, natürlich. Hallo, zwei, zwei, zwei Siebener-Spiele sind 15 Minuten. Und dann haben wir noch sieben andere Spiele, ja. Acht sogar, weiß ich mal nicht. Das würde ungefähr halbe bis dreiviertel Stunde sein. Länger, länger. Ich sag, das wird eine Stunde hier. Oh, der war gut, der war gut. Anders gut geblasht. Aber ich merk noch schon, dass wir bei einer Stunde sind. Ich muss manchmal die Augen zumachen, ey. Bist du schon müh, du? Schön. Ich hab gestern um drei Uhr nachts noch Deutschrollen aufgenommen. Ja, schön für dich. Also. Muss natürlich leise sein, aber Spaß gemacht. Was soll man machen? Ja, warte doch. Was denn, du? Eingeschlafen, wa? Oh, der war fies. Aber ich seh fast nur noch alles verschwommen. Vor allem in den Beisickern noch verschwommen, ey. Oh, der ist das letzte Spiel hier. Na, wird's doch sein. Fuck. Ah, drüben, wunderbar. Mal komm. Yes. Oh, ich wusste es. Nein. Gott sei Dank. Ich seh, dass wir es nicht nochmal näher rankommen. Kann nicht sein, das kann nicht sein. Und dann hast du gut rübergebracht. Oh, der ist ein lacher Schuss, ey. Oh, mein Gott. Oh, es hat's geleckt, kurz. Nein. Danke, das war ein geschenkter Punkt. Nein, nein, nein. Wenn die wissen, wie viele Punkte ich dir schon geschenkt habe, ey. Zählt's in den Kommentaren, schreibt's in den Kommentaren. Nein. So, the last. Ach, tschi. Nein. Was? Ja. Ja. Der war schon auf den Boden, ey, da bei mir, glaub ich. Okay. So, damit, sagen wir mal, das war's. Und, euch einen schönen Tag. Böse. 10, 10 zu 1, ich hab dich fertig gemacht. Nächstes Mal nicht. und, wie mehr denn da bei mir ist's weiß ich natürlich nicht. Und, also, das war natürlichguyальный Tag. Und, ich habe hier nicht gefertigt.